Was wirst du verkaufen? Honig. Ich weiß, das ist jetzt etwas, was vielleicht nicht so gekauft wird oder gefragt wird, aber es ist doch einleuchtend, oder? Honey poo verkauft. Henni. Ja, ich kaufe Honig. Was soll ich sagen? Fabo, wo bist du? Auf der Brücke. Ah, ich bin da. Warte, ich gucke kurz Hugo, aber der muss einen Löffel Tabasco essen. Ich auch. Digga, das brennt wie scheiße. Ich kann das nicht. Digga, wie viele scheiß Dinge hat das? Guckst du auch? Ja, ich habe reingeschrieben, ich soll jetzt machen. Das haben wir schon essen. Das mag eigentlich nichts, oder? Du bist sogar Sub. Echt? Loll. Aber er hat nicht vollgemacht. Wie es gezündet hat. Aber das war nicht mal ein halber Löffel. Da hat einer reingeschrieben, auch auf Anhistus, Grünstecke, TNT. Alter, was mit dir? Warum machst du Auge? Ich habe, glaube ich, den Sub geschenkt bekommen. Kein Wasser, Wasser macht schlimmer. Stimmt das? Ich habe immer Wasser getrunken. Ja. Also es hilft vielleicht kurz, am Anfang so, aber an sich, ich glaube, macht es das schlimmer. Ist nicht gut. Wollte er zwei Löffel machen? Ne, aber er muss einen Löffel essen, normalerweise. Und das war ja nur ein Mini-Löffel jetzt, was er da reingetan hat. Lass hier rüber gehen, weil ich weiß nicht, wo das Spawn-Portal ist. Boah, Alter, das ist immer noch... Nochmal eine ohne Schiff. Gut, Leute, Norden ist es nicht. Wir sind eh East. Ne, dreh um, dreh um. Also ich bin sowieso auf dem Weg nach East, nachdem du gesagt hast, Norden macht gar keinen Sinn. Weißt du, was cool wäre, wenn du mit der Elytra jemanden mitnehmen fliegen könntest. Boah. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, Fabo. Was? Ich bin runtergefallen. Ja, lock dich aus. Ein Block neben mir links ist das End. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Isa. Hast du noch Stuff-Holling? Ja, ich weiß jetzt genau. Ja. Ich sag doch, das ist diese scheiß Hose. Ja, das ist echt, das ist so ungewohnt. Man ist so schnell. Boah, ich brauche einen Clip unbedingt. Ich will das sehen. Alter, mein Herz. Mein Herz. Aua, aua, aua. Wenn da jetzt nichts ist, schwöre ich auf... Ne, ich geh nicht auf Lenden. Ich will noch weiter streamen. Ja, da ist nichts. Ich kann es nicht toggeln. Es geht nicht. Es geht dem End nicht. Lol. Der ist aber ein bisschen weiter rechts. Oh, bitte, 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 bitte. Ich hätte nicht am Anfang nach Norden laufen sollen. Nein, 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 Chat. Noch nicht freuen. Noch nicht freuen. Noch nicht freuen. Ihr wisst warum. Du hast die Schiffe, oder? Ja, ganz kleiner Tempel, dass es nicht gelootet ist. Das ist das Ding. Wieso? Wie geht's dir so heute? Keiner Maut. Oder Beutel, danke für den Subgift. At this point glaube ich nicht, dass ich eine finden werde, egal in welche Richtung ich laufe, weil das alles schon gelootet ist bei 10.000 Brücken. Goodbye. Say something, I'll give it up on you. I'm sorry, Maybe. Vielleicht habe ich genau das gefunden, wo Fabo war. Ne, ne, ne. Ich bin so viel weiter weg. Oder ganz woanders wo du. Wie du. Wo du, wo du. Ich kann einen Unterschied immer noch nicht. Wie und als kann ich immer noch nicht. Werd ich auch niemals können. Und nicht wann zwei S mit dem das und wann ein S. Jedes Mal, wenn ich eine Story mache, heißt es immer, der ist mit zwei S. Und ich mache, also ich mache, zu 90 Prozent mache ich einfach zwei S, weil ich weiß, es kommt öfter vor. Und ab und zu mache ich ein S, weil ich denke, da kommt das ein S und dann schreiben 10.000 Leute wieder zwei S. Dann denke ich mir so, verdammt. Kann das auch nicht. Ganz ehrlich, ich versuche es aber auch noch, weißt du, zu lernen. Aber ich raffe es einfach nicht und dann ist es halt so. Ich kann es aber nicht. Und wahrscheinlich ist es auch eine Blockade in meinem Kopf, dass ich die ganze Zeit sage, ich kann das nicht, dann werde ich es noch nicht können. Das hat nämlich, ich hatte mal so, ich war ja in Mathe richtig krass gut. Glaubt man nicht, aber ich war in Mathe krass gut. No joke. Und irgendwann hat es so angefangen, dass ich richtig scheiße war. Dann hatte ich so Nachhilfelehrer und er meinte, du bist gut in Mathe, du kannst das auch alles. Er weiß aber nicht, warum ich das einfach nicht auf Anhieb eigentlich kann, wie früher, weil er war der Meinung, dass ich mir selber die ganze Zeit eine Blockade setze, weil ich sage die ganze Zeit so, ich kann das nicht. Und dann kann ich es auch nicht. Also wenn ich das dann aufgehört habe zu sagen, dann war es halt besser. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe das. Aber das muss man auch sagen, ist richtig dumm von mir gewesen. Und noch eine... Du weißt, dein Krank eternal nicht. Doch. Gib mir. Ich habe schon wieder so'n Ausgang. Dinge gefunden. Oh, oh, oh! Oh, bitte! ein schiff du kleine es ist gelootet das schiff wo du bist ne deins oder hast du keins das war knapp weiß ich nicht ob es gelootet ist ich glaube schon ja denkt ihr hat vielleicht nur den kopf mitgenommen und die elytra hängt da noch vielleicht nicht rennt hat kommen das ist aber gerendert der kopf nicht oder wie komm schau lieber nach also ich glaube 11.000 1.300 welche koordinaten hatte basti weiß dass jemand von euch also alle seine minusgraden gewesen es kann ja nicht sein irgendjemand anders muss ja auch nicht viele hier gold haben wo beispielsweise lüttere пожалуйста ich hatte schon lüttere пожалуйста da im nie lüttere ich auch schon und schuhe und lüttere abba josa drucker die drucker die lüte war das passiert ihr legst jetzt jeden schalterrad um aber nationalität gewechselt oh mein gott mit 7 dias ein traum wie sie jetzt okay dann fliegst du jetzt eh noch rum weil ich habe jetzt mir wird noch eine fehlen dann hätte jeder von uns zwei lüten so ich bin hier sowas von rum und sprung sie jetzt alle ja hier barm dann muss ich noch die hier nämlich hier raus so es wird jetzt alles verzaubert und einige meinten lohnt nicht ja oh mein gott ich wollte auch oh mein gott woher kommt er denn ich wollte auch einfach weitergehen ich hatte ich hatte ja weil ich habe ich habe dings nicht gesehen den drachenkopf drachenkopf mitnehmen ja ich habe meine eigene lütre juhu yippie sag ich auch das erfolgserlebnis ist so anders gg chat gg 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 kreaper ich musste afg woher kommt er woher er ist irgendwo immer dunkle Die Creeper